Musik Hallöchen und seid gegrüßt, ich bin Flo von Flo und Flo und heute packen wir das neue Display Hidden Summoners aus. Ist mal wieder ein Spezialpack, 5 Karten pro Booster Pack und es sind 5 Vollkarten tatsächlich in jedem Pack und ich glaube eine davon pro Booster ist immer eine Secret-Rack-Karte. Dazu muss man sagen, dieses Set ist jetzt nicht sonderlich, ja wie soll man sagen es gibt nicht so viele wertvolle Karten in diesem Set aber es sind trotzdem coole Karten dabei es gibt zwei neue Themen, die tatsächlich mit eingefügt werden So, kleinen Moment So, da haben wir das wunderschöne Messer Genau, also zwei neue Themen werden eingefügt das ist zum einen Mayakashi, glaube ich heißt das und Streichbuben kommen jetzt mit dazu Zusätzlich gibt es dann, glaube ich, noch Support für Neftis und, wie heißt der nochmal, ich glaube, Shiranui, Sage Shiranui bekommt auf jeden Fall Support Genau, schauen wir auf jeden Fall einfach mal rein, was wir da so finden können und ja, es sind auch wieder die neuen Ultra-Rairs und Secret-Rairs von daher wirklich sehr, sehr schöne Karten Bei den alten war ja das immer das Problem so ein bisschen dass die, ja, manchmal teilweise ein bisschen ausgefranst waren weil die Folierung nicht so geil war So, fangen wir an Die erste Karte, die wir hier haben, ist das vorherbestimmte Ritual Kreis der Feuerkönige Verteidigerin von Neftis Der Donnerdrache, den man kennt Eine sehr, sehr alte Karte Und der Gold-Sarkophag in Secret-Rair Wirklich sehr, sehr schön Ist auch mehr angedeutet Gefällt mir auf jeden Fall dieses Secret-Rair So, packen wir einmal hier hin und einmal hier hin By the way, dieses Video ist wieder gesponsort von WRD Trading Cards Seht ihr auch wieder eingeblendet Unten in der Beschreibung findet ihr auch einen Link Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen wenn ihr Einzelkarten sucht beziehungsweise Booster-Displays oder eben einfach nur Booster Genau So, dann haben wir einmal Streichbuben-Streiche Den Donnerdrachen Vorbereitung der Riten Streichbuben-Flammis Und Streichbuben-Zuhause Auch eine sehr coole Karte Erste Streichbuben-Karte, die wir jetzt gezogen haben Und wie gesagt, diese Streichbuben sind jetzt ganz neu eingefügt Ich werde mir die auf jeden Fall mal angucken Klingen sehr, sehr lustig Bin mal gespannt, woran genau die angelegt sind Also wenn man reinguckt, könnte das vielleicht so Gebrüder-Grinn-Märchen vielleicht sein So Streichbuben Würde ich erstmal dran denken So Max und Moritz Wobei ich gar nicht weiß, ob die überhaupt Ich glaube, ich labere gerade wieder für zu viel Blödsinn So, wir haben hier die Blitzfusion Interesting Zerstörungs-Endphase Dann haben wir D-Synchro Dann haben wir Manju Der 10.000-Händel Ich glaube, die ursprüngliche Karte war der Manju Oder Manju der 1.000-Händel Und das war tatsächlich eine klassische Karte Also eine Erweiterung könnte man fast schon sagen Dann haben wir auch nochmal die Streichbuben-Lufties Und Yoko Die anmutige Mayakashi Nice Da haben wir tatsächlich sogar eins der Titelmonster direkt gezogen Sehr, sehr cooler Pull auf jeden Fall So, weiter geht es Im nächsten Pack haben wir Rivalität der Kriegsherren Streichbuben-Tropfis Also Lufties-Tropfis Also scheinbar mit Elementen hat das tatsächlich auch was zu tun Mayakashi-Metamorphose Chronistin von Neftis Neftis ist tatsächlich auch relativ alt Wie ich meine Bin ich mal gespannt, ob da irgendwas brauchbar sein wird Von dem Support Aber das wird sich zeigen So, dann haben wir Shafu Der fahrende Mayakashi Sehr schön Das ist unsere zweite Mayakashi-Karte Also die von den Secret Dress auf jeden Fall So, bisher von dem Set Jetzt sind sehr, sehr viele neue Karten jedenfalls dabei Das ist schon mal sehr cool Streichbuben-Wetterwäscher Gozenmatch Kreis der Feuerkönige Streichbuben-Tropfis Und dann haben wir Himmelblauer Heiliger Phönix von Neftis Genau, ich wusste doch, dass das mit dem Phönix von Neftis zu tun hat Das waren, glaube ich, damals sogar Stufenmonster Und auch wenn diese Karte jetzt nicht so wertvoll ist Sieht sie auf jeden Fall mega, mega gut aus Das ist schon ziemlich krass Vor allem hier das Blau Auf der Ritualkarte Das Blau hier von Neftis Mit dem blauen Feuer Dann das Orange dazu Mit den orangenen Sternen und so weiter Das ist schon eine echt, echt schöne Karte Ich sag's mal so Wenn man Sammler ist Sollte man hier definitiv zugreifen Für Competitive Play müsste man dann eben einfach mal schauen Ob die Streichbuben Mayakashi Oder eben die Neftis und Shiranui Eben, ja, noch brauchbar sind Oder wieder brauchbar werden Da bin ich momentan selber gar nicht so weit drin Momentan ist das für mich wirklich der Sammelaspekt Weswegen ich noch dabei bin Weil auch aus zeitlichen Gründen Wenn man sich nicht reinklemmen kann Ist das jetzt auch nicht so Ja, kommt man nicht wirklich hinterher So, jetzt haben wir hier tatsächlich sehr, sehr viele Shiranui-Karten So, Shiranui Ne, tatsächlich sind das Mayakashi Und hier auch wieder eine Mayakashi-Karte Also, hier werden wir auf jeden Fall gut bestückt mit dem neuen Thema Da haben wir jetzt insgesamt schon drei Karten So, weiter geht es mit dem nächsten Pack Ihr erwartet uns Streichbuben Pendomium Ne, Pendämonium Pendämonium So, und, oh, tatsächlich Hier ist er Der heilige Phönix von Neftis Eine wirklich, wirklich alte Karte Jetzt ist die Frage Es ist tatsächlich kein Stufenmonster Ich habe das, glaube ich, mit Horus gerade verwechselt Ist die Frage, ob die Karte nutzbar dann auch sein wird Ob da irgendwas brauchbares bei rumkommt So, dann haben wir Fusionsrecyclinganlage Streichbuben, Tropfis Und wir haben Chuchigumo Ne, Chuchigumo Der toxische Mayakashi Eine ziemlich coole Karte Auch vom Designer Ich mag das, wenn die Farben so schön abgestimmt sind So weiß, schwarz Und hier so der Hintergrund So ein bisschen weiß, schwarz Das ist schon sehr nett Auf jeden Fall So, nehmen wir vom anderen Pack nochmal eine runter Und schauen, was wir da drinnen haben Und hier geht es direkt los mit dem heiligen Phönix Windsturm, der Phönixflügel Auch eine alte Karte Streichbuben, Wettwäscher Tsuchukahagi Der toxische Mayakashi Und dann haben wir Oh, Streichbuben Kikarikren Sehr, sehr cool Jetzt weiß ich gar nicht Ich glaube, das war eine der besseren Karten Der Streichbuben Bin mir da aber nicht ganz sicher Ist auf jeden Fall ein lustiges Design So Nächstes Pack Langsam dürfte es auch anfangen, sich zu wiederholen Sehr cool Zauberer der Dämmerung Sehr schön Kannst du aus dem Gegner-Deck Aus dem gegnerischen Friedhof verbannen Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice Streichbuben-Plan Chronistin von Neftes Im Manche der 10.000 Hände Und hier haben wir nochmal Joko, die anmutige Mayakashi Sehr nice So Was auf jeden Fall noch richtig cool wäre Wären die Prank-Kids Da weiß ich, dass das eine der selteneren Karten ist Ähm Und Neftes The Sacred Preserver Da weiß ich aber nicht ganz genau Wie da der deutsche Name ist Und Streichbuben-Reis-Röhr-Röster Also ich Ohne Mist Ich mag diesen Cartoon-Style Von den Streichbuben Gefällt mir auf jeden Fall sehr Und jetzt kann man sich ja natürlich sicher sein Das ist, glaube ich, irgendwas Mehr Chinesisches Oder Japanisches Ähm So von den Art-Stilen her Ich gehe mal davon aus Das wird da auch irgendwie Sowas Irgendwelche Märchen oder irgendwas sein So Nächstes Pack Und hier haben wir Shiranui Samurai Manjo der 10.000 Hände Shiranui Spektralschwert Erwachen von Neftes Das ist eine neuere Karte Und Anhängerin von Neftes Oder Neftes Neftes Anhängerin von Neftes Da ist die Frage Aber ich mag diesen Art-Stil so sehr Dieses Orange-Blau ist so schön Vielleicht mache ich mir tatsächlich Einfach mal eine Neftes-Deck Ob das Ganze jetzt nutzbar ist Oder nicht Ob das irgendwie in der Meta Brauchbar ist Ist dann erstmal dahingestellt Aber es sieht sehr, sehr cool aus Dann haben wir eine neue Polymerisations-Karte Die Ultra-Polymerisation Streichbuben Raketenritt Windsturm Der Phoenix-Flügel Jascha Der Knöcherne Maya Kashi Und Nice Neftes Die Heilige Bewahrerin Das ist die Karte Eine der selteneren Karten Gut Selten Jetzt mal dahingestellt Ist 4 Euro etwa wert Aber dennoch Es sind sehr, sehr viele Secret-Rail-Karten dabei Und wenn man dann hier so eine zieht Ist das schon nicht ganz verkehrt Sehr, sehr schön auf jeden Fall Und bisher haben wir gar nicht Bei den Secret-Rails Keine Doppelte Das ist schon mal viel wert Zumindest bin ich mir jetzt gar nicht sicher Wir werden es im Recap Auf jeden Fall nochmal sehen Streichbuben Raketenritt Materialchen von Neftes Seelenmeister Gosenmatch Und Neftes Die Heilige Flamme Sehr geil Es geht hier als weiter Richtig, richtig nice Auch eins der Titelmonster Damit haben wir das zweite Titelmonster gezogen Dann fehlt uns jetzt nur noch das dritte Vielleicht ist das tatsächlich sogar ein Prank-Bro Das werden wir auf jeden Fall gleich noch herausfinden Ob das hier so ein Prank-Bro ist Einer der Prank-Bros Prank-Kinder Streiche-Kinder Wer weiß, wie die das ins Deutsch übersetzt haben Streichbuben Kinder Keine Ahnung So, letzte Hoffnung von Neftes Ansturm der Feuerkönige Ich denke mal, das werden auch wieder Neftes-Supports sein Streichbuben Flammis Und Streichbuben Kickerikränen So, da hätten wir unsere erste Doppelte Wenn ich mich recht entsinne Okay, ab zum nächsten Punkt Hier haben wir Feuerbestimmtes Ritual Windsturm Blablabla Alles Karten, die wir schon kennen Und Neftes Die Heilige Bewahrerin Zweimal Und das ist genau das, was ich meinte Vom Seltenheit Einzelne Karten sind vielleicht nicht ganz so selten Aber wenn man dann mehrere aus einem Display zieht Ist das schon ziemlich cool Das sind jetzt insgesamt schon wieder 10 Euro Grob gerechnet Die wir dann eben mit diesen zwei Karten schon haben Und das lohnt sich auf jeden Fall Okay Hier haben wir jetzt die Streichbuben Wauwau Gebell Streichbuben Streiche Ansturm der Feuerkönige Shiranui Seelenmeister Und Tengu, der geflügelte Mayakashi Auch sehr schön Es geht weiter mit den neuen Karten Vielleicht, wenn wir Glück haben Ziehen wir tatsächlich das gesamte Set Das wäre sehr wünschenswert Ist auch bei den Spezial-Sets immer sehr, sehr schwierig Man bekommt sehr viele Karten Und wenn dann ein bis zwei Karten fehlt Ist es immer ärgerlich Weil man will sich dann auch kein neues Display eben kaufen So, hier haben wir Gashadokuro Der knöcherne Mayakashi So, und dann sind wir jetzt auch fast schon am Ende angelangt Ist ein kleines, knackiges Set auf jeden Fall Mit wirklich vielen, vielen neuen Karten Es gibt natürlich die Neftes-Monster Da sind einige Reprints mit dabei Aber ansonsten ist hier sehr, sehr viel Neues dabei Dann haben wir wieder Joko Die anmutige Mayakashi Da weiß ich jetzt gar nicht Ob die etwas wertvoller ist Würde sich dann zeigen Es ist auf jeden Fall bisher ziemlich nice Was wir hier gebohlt haben Auch für jede Sammlung, wie gesagt Ein sehr geiles Set Okay, hier fällt jetzt der Müll runter Kein Platz mehr So, Mayakashi, Metamorphose Und ich habe hier schon gespoilert Wiedergeburt von Neftes Neftes-Butlerin Ansturm der Feuerkönige Und ihr habt es schon gesehen Wir haben den toxischen Mayakashi nochmal Okay, und jetzt kommen wir zu den letzten Packs Wer weiß, was wir da vielleicht noch ziehen können Hier haben wir einmal Kreis der Feuerkönige Erwachen von Neftes Ultra-Polymerisation Desynchron Und Jüngerin von Neftes Sehr nice Ich glaube, das ist auch eine der begehrteren Karten Der Neftes-Sachen So Ich habe leider jetzt hier die richtige Liste Nicht vor mir die deutsche Liste Dass ich da mal gucken könnte Okay Letzte Hoffnung von Neftes ist glaube ich null Und dann haben wir nochmal den geflügelten Mayakashi Nochmal So, und kommen wir jetzt zu den letzten Packs Hier haben wir einmal Vorbereitung der Riten Streichbubenplan Refusionierung Interessant Ultra-Polymerisation Und Ich glaube, den hatten wir auch schon mal Gashadokoru Der Knöcherne Mayakashi So Und im nächsten Pack haben wir Streichbuben Luftis Gosenmatch Streichbuben Pendomium Ne, Pendämonium So, das hatten wir eben schon das Problem Und Anhängerin von Neftes nochmal Und im letzten Pack Was werden wir da drin haben Ich habe jetzt nicht wirklich Wünsche Wir lassen uns einfach mal überraschen Wünschenswert wären auf jeden Fall neue Karten So, Vorbereitung der Riten Und tatsächlich eine neue Karte Wenn ich mich recht entsinne Daki, die anmutige Mayakashi So Dann würde ich jetzt nochmal kurz auf die Karten Beziehungsweise auf die Secret Rares eingehen Die wir gezogen haben Weil sonst machen wir nochmal einen Recap vom gesamten Pack Das macht nicht ganz so viel Sinn Ich gehe da einfach nochmal kurz durch Was wir so feines gezogen haben So, Anhängerin von Neftes Okay, dann hier nochmal ein paar Mayakashi-Monsten Den Neftes die heilige Bewahrerin Auf jeden Fall doppelt Was sehr cool ist Neftes die heilige Flamme Also bisher haben wir fast alle Titelmanter gezogen Und auch sehr, sehr viele unterschiedliche Karten Bis auf diesen einen Prank Diese eine Prankkarte Die war nicht mit dabei Aber wie gesagt Ich mag das Design wirklich Und wenn man da so ein Set hat Wenn man sich die Karten jetzt mal nebenan anguckt Wenn man die so ein bisschen nebenbei legt Muss man schon sagen So vom Farblichen her Sieht das sehr, sehr schön aus So, wo haben wir ihn? Genau, da ist nochmal der Himmelsblaue Und wenn man sich das mal so anguckt Das sind schon echt schöne Karten Genau, dann haben wir hier noch Streichbuben zu Hause Was ganz cool ist Goldsarkophag Ähm, genau Also, ist auf jeden Fall ein schönes Set Man bekommt sehr viele neue Karten Eher weniger Reprints Ähm, das lohnt sich allein schon Ähm, genau Aber das muss jeder dann eben Selbst für sich entscheiden Ob er dann eines der neuen Decks spielen möchte Dann kann man auch gucken Ob man die Karten vielleicht einzeln zusammenkauft Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Deck Wie gesagt, ist einem von WRD Trading Cards gesponsert Ihr seht das auch unten nochmal in der Beschreibung drin Ähm, genau Dann bedanke ich mich auf jeden Fall Wie immer fürs Zuschauen Und genau Falls ihr es noch nicht getan habt Lasst ein Like da Lasst ein Abo da Und dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Macht's gut Euch einen schönen Abend noch Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal